Öko-Links antirassistische Liste ist bisher mit zwei Stadtverordneten im Römer vertreten. Das sind Manfred Zieran und ich. Wir wollen jetzt endlich eine Fraktion werden. Dafür sind mindestens drei Stadtverordnete nötig. Wir bekamen bisher nämlich null Euro für unsere Arbeit. Als Fraktion stünden uns Fraktionsgelder für Mitarbeiterinnen und Projekte zu. Wir wären Mitglieder in den Fachausschüssen des Parlaments und hätten auch mehr Redezeit. Damit könnten wir unsere klaren ökologischen, sozialen, solidarischen Positionen viel energischer vertreten und ökologische und soziale außerparlamentarische Bewegungen besser unterstützen. Denn ohne sie geht es ja nicht. Das schaffen wir aber nur, wenn ihr uns euer Listenkreuz gebt, Liste 8 für den Römer und wenn ihr uns in die Ortsbeiräte wählt. Herzlichen Dank. Wir sehen uns. Wir sehen uns.